Und zu Ehren der Polizeirätin Lorbrévin ist es ein großes Privileg für mich, die Damen und Herren zu belohnen, die um die Festnahme eines Mörders zu ermöglichen, ihre Karriere geopfert hätten. Polizeirat Grégoire Lamarck. Hauptkommissar Thomas Rocher. Kommissarin Frédérique Consell. Kommissarin Polite de Coctel. Chloé Saint Laurent. Chloé... Chloé Saint Laurent? Sie wird sich ein wenig verspäten, fürchte ich. Anwesend! Polizeirat Lamarck, sagen Sie vielleicht ein paar Worte? Mit Freuden. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Sie mit mir die Person feiern, die durch Ihre Rechtschaffenheit und... Es tut mir echt sehr leid, aber wir müssen sofort zu einem Einsatz. Delia. Bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung. Sie sehen wie ein Zinn reißend aus. Vielen Dank. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Sie mit mir die Person feiern, die Rechtschaffenheit und... nicht mehr so überprüft. looking... Musik 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 Musik